Es geht weiter mit Tagesordnungspunkt 5. Beschlussfassung über den von allen Fraktionen eingebrachten Antrag zum Thema Bestimmung der Mitgliederzahl der Ausschüsse. Das ist Artikel 77 Absatz 1 unserer Verfassung, Paragraf 10 des Landtagsgesetzes und Paragraf 12 unserer Geschäftsordnung sowie Bestimmung der Mitgliederzahl der Enquete-Kommission. Das ist Paragraf 21 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung. Das Ganze liegt Ihnen als Drucksache 16-1847 vor. Auch hier eröffne ich die Aussprache. Sind keine Wortmeldungen eingegangen, dann schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. Wer für die Annahme der Drucksache 16-1847 ist, den bitte ich eine Hand zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Auch hier kann ich feststellen, dass der Antrag Drucksache 16-1847 einstimmig bei Zustimmung aller Abgeordneten angenommen wurde.